Meine Putenschnütze. Pute für Paulchen. Mach ich was zu essen, ist der Paulchen zur Stelle. Der geht immer schnell bei dir. So, hier komm. Was nun wählerisch? Was anderes gibt es nicht. Du bist ja gut. Wo du hier angekommen bist, hast du alle gefressen. So, hier. Up. Noch weit? Ja. Up. So, das reicht. Noch ein Stück. So, das reicht. Noch ein Stück. Jetzt reicht das. Ja, da hast du ohne was zu fressen. So, jetzt schon mal kurz. Wir wollen. Vielen Dank.